halli hallo hallo mein lieben freund und herzlich willkommen zur gewinnspielauflösung ja ihr könntet gewinnen zweimal ein gamers check lp t shirt und ja leider könnte ich erst jetzt dass die auflösung machen von dem gewinnspiel denn ich bin von der gamescom wiedergekommen und den tag später war ich krank ich lag hier flach und ja hört so noch ein bisschen an meiner stimme dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin aber jetzt bin ich wieder bereit ich kann wieder was aufnehmen und ja leider 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 muss ich sagen dass es nur sehr wenige mitgemacht haben bei diesem gewinnspiel was mich so ein kleines bisschen enttäuscht aber natürlich bin ich auch froh darüber dass es trotzdem zwei waren die hier das t-shirt haben wollten und die zwei kriegen das natürlich auch und zwar ist das einmal der leonard und einmal der aaron so und ich würde bitten euch dass ihr beide mir eure adresse geschickt dass ich das ganze versenden kann in der nächsten woche und ja herzlichen glückwunsch mit den t-shirts und ja ich brauche diesmal kein großartiges kein großartiges hin und her mit irgendwelchen zufalls generatoren denn es waren wirklich die einzigen beiden die das t-shirt haben wollten und die richtige antwort war natürlich gewesen der 14.08.2012 das war das erstellungsdatum von gamers check lp naja aber trotzdem vielen dank dass ihr beiden mitgemacht habt und die interesse daran hattet und wie gesagt gibt mir die adresse schickt sie mir auf dieselbe e mail adresse und ja dann schicke ich euch das t-shirt nächste woche zu und ja dann also vielen dank fürs zusehen und bis denn tschuhus 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 tschuhus